Wallstanz-Nerotika Sicherheit ist ein inklusives Konzept. Es müssen sich alle sicher fühlen. Nicht nur die Israelis müssen sich sicher fühlen, sondern auch die Palästinenser müssen sich sicher fühlen. Und die haben Masken, muss sich sicher fühlen. Und die Isbollah muss sich sicher fühlen. Und der Iran und Syrien. Alle müssen sich sicher fühlen. Hier ist der Wohlstands-Nerotika, der Podcast der Neuland-Rebellen. Und heute führen wir ein Gespräch zwischen Moskau und Hamburg gewissermaßen. Und wen begrüße ich da? Natürlich Gerd Ewenunger aus Moskau. Hallo Gerd. Hallo Tom, ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir haben auch längere Zeit nicht mehr miteinander gesprochen. So ist das halt manchmal. Jeder lebt sein Leben und irgendwann stellt man dann fest, jetzt wird es mal wieder Zeit. Und das ist ein guter Zeitpunkt. Denn heute ist der 14. Oktober 2023. Und die Angriffe der Hamas sind gerade ungefähr eine Woche her. Und ich möchte ganz gerne mit dir darüber sprechen, wie denn damit, also auch durchaus im Zusammenhang im Kontext mit der Ukraine, das gehört im weitesten oder auch engeren Sinne auch dazu, aber wie mit diesem Konflikt und den möglichen Reaktionen darauf medial, politisch, aber durchaus auch in den sozialen Medien umgegangen wird. Und bevor ich dich frage, das interessiert mich nämlich sehr, wie in Moskau die Berichterstattung oder auch die politische Bewertung oder auch die emotionale oder eben nicht emotionale Bewertung ist, würde ich ganz gerne loswerden, dass mich das gerade ziemlich anfasst. Also hier ist es tatsächlich so, also in den Vereinigten Staaten ist das mindestens genauso heftig, vielleicht sogar noch heftiger unter den Republikanern zum Beispiel, werden also wirklich offene Vernichtungswünsche und Flüche, wenn du so willst, ausgesprochen. Und zwar eben nicht nur gegenüber den Hamas oder der Hamas, sondern eben auch und da komme ich dann wirklich nicht mehr hinterher gegenüber der Zivilbevölkerung. Also es wird also hier im Westen, sag ich jetzt mal so, über weite Teile nur mäßige, wenn überhaupt Kritik daran geübt, dass jetzt Israel beschlossen hat, den Gazastreifen komplett von allem eigentlich abzuschneiden, also Lebensmittel, Strom etc. Und ich bin da, ja vielleicht können wir da später nochmal drüber sprechen, wie wird das Ganze in Moskau verfolgt, wie erlebst du das? Ja, vielleicht, du hast eingangs gesagt, wir hätten jetzt eine Weile nicht miteinander kommuniziert, nicht miteinander gesprochen, nur für die, unsere Zuhörer zur Korrektur, also wir haben miteinander kommuniziert, also halt nicht und keinen Podcast gemacht, nicht das denken, wir hätten uns gestritten. Ja, sehr gut, sehr guter Hinweis. Ja, genau. Ja, manchmal sprechen wir auch ohne Mikros, das ist sogar ziemlich oft, das stimmt und schreiben uns natürlich auch. Also wir sind tatsächlich in mehr oder weniger stetem, regelmäßigen Kontakt, aber das letzte Podcast-Format ist eine Weile her. Genau, das ist schon eine Weile her. Vielen Dank für die Klarstellung. Ja, das war jetzt wichtig. So, okay, meine Frage. Und zu der Frage, also ich habe gerade, bevor ich mich hier vor das Mikro gesetzt habe, habe ich eine Sendung geguckt. Das ist eine politische Sendung, wo es um Außenpolitik geht, von Fyodor Lukjanov, der auch irgendwie einer der Organisatoren des Valdei-Forums ist und so weiter. Und die Sendung war natürlich heute auch, stand ganz im Zeichen des Nahostkonflikts und die Sendung hat nochmal beleuchtet, die Geschichte aufgedröselt, wann es diesen Konflikt gibt, die unterschiedlichen Stadien beleuchtet. Es gab Interviewpartner in Israel, es gab Interviewpartner in den USA, dann irgendwie die iranische Rolle wurde irgendwie beleuchtet. Aber es war einfach relativ neutral, es war wohltuend neutral im Gegensatz zu dem, was in Deutschland passiert. Deutschland ist vollkommen emotionalisiert, das passiert immer, das ist im Ukraine-Konflikt ist das auch. Und diese Vernichtungsgedanken gegenüber Russland, die gibt es in Deutschland auch, die ist jetzt analog gegenüber der Zivilbevölkerung, der Palästinenser gibt. Und da läuft das aus dem Ruder in Deutschland, das muss man glaube ich ganz konkret sagen. Die offizielle russische Position, Putins Position ist, es braucht die Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor, daran halten die fest. Ja, das ist sowieso, also dazu würde ich tatsächlich ganz, da fallen mir gleich zwei Dinge ein. Zum einen die Zwei-Staaten-Lösung, die wurde ja auch schon sehr früh als erste Reaktion nicht nur von Russland, sondern auch von der Türkei, von Erdogan und eben auch aus China geäußert und favorisiert, beziehungsweise ja mehr oder weniger als ja fast einzige Lösungsmöglichkeit als Option dargestellt. Da geht es schon los, denn hier in Deutschland, zumindest, die Hörer können mich ja korrigieren, wenn ich da falsch liege, spielt aber die Zwei-Staaten-Lösung, allein der Begriff, geschweige denn jetzt irgendwie Hintergründe oder so, allein der Begriff der Zwei-Staaten-Lösung spielt hier seit diesen Angriffen der Hamas faktisch keine Rolle. Ja, also es geht nur um das Selbstverteidigungsrecht, also es ist, immer wieder wird auf dieses Selbstverteidigungsrecht gepocht, darauf können wir sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen, wer hier was verteidigt oder wann da mal irgendwann wer mit angefangen hat, das ist ja nun schon alles ziemlich lange her. Und was eben hier auch nicht gemacht wird, du hast gerade dieses Politikformat erwähnt, das du gerade geguckt hast noch, es wird halt hier überhaupt nicht auf die Geschichte eingegangen, auf die Entwicklung, auch auf das, sagen wir mal, auf die unterschiedlichen Fehlverhalten von palästinensischer und auch israelischer Seite aus, denn natürlich gibt es Fehlverhalten auf beiden Seiten, also es wird wie auch in der Ukraine so gemacht, dass Israel halt in den blauen, goldenen Himmel hochgehoben wird, ein demokratisches Land, übrigens vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, war es noch mehr oder weniger offizielle Lesart zu sagen, okay, also unter der jetzigen Regierung muss man eher von einem Apartheid-Regime sprechen, das ist jetzt alles vergessen und Versteidigungsberechtigung oder Recht, das wurde ja auch für die Ukraine kolportiert, das geht aber tatsächlich, also ich meine die Tendenz, Russland ruinieren zum Beispiel irgendwie, wir erinnern uns, einer der bärbockischen philosophischen Ausdünstungen, das ist schon schlimm gewesen, aber wenn jetzt also wirklich offen von, also es geht ja auch, auch das wurde natürlich mit den Russen gemacht, eine Entmenschlichung der Beteiligten, die Orks, die Orks sind es bei den Ukrainern genau und da, also zumindest, na wie soll ich das sagen, also ich meine in Mithaftung wurden ja in Russland auch Künstler und Sportler und weiß der Henker nicht, also alle möglichen Personen genommen, die jetzt dann plötzlich sagen mussten, dass sie also sich gegen Russland positionieren und sich von diesem Krieg distanzieren und wenn sie das nicht tun, dann sind sie halt böse Kriegshetzer und so weiter. Das ist schon schlimm, du atmest schon ein, ich bin auch sofort fertig, das ist schon schlimm, aber tatsächlich, für mich hat es nochmal eine andere Qualität, wenn aus den Vereinigten Staaten, aber eben auch hier, hier war es glaube ich Michael Roth, der das ziemlich frei so geäußert hat, also wirklich davon gesprochen wird, dass die Hamas beziehungsweise, ja, die Palästinenser tatsächlich dann eben auch von der Versorgung abgeschnitten werden sollen. Und das hat für mich tatsächlich nochmal eine andere Qualität. Ja, also ich finde, meinem Empfinden nach, die beiden Konflikte haben tatsächlich ganz viele Parallelen, also auch das Verhalten Deutschlands dazu ist, ist analog. In beiden Fällen, sowohl in Israel als auch im Ukraine-Konflikt, wurde die offizielle Lösung des Konflikts, die völkerrechtlich verankerte Lösung des Konflikts, wurde verschleppt im Fall der Ukraine um acht Jahre, das war der Minsker Prozess. Im Fall des Nord-Konflikts diskutiert man jetzt seit, glaube ich, seit 50 Jahren über diese zwei Staatenlösung Palästina in den Grenzen von 1967. Das wurde absichtlich verschleppt. Und beide Male endet das in genau der gleichen, in einer sehr ähnlichen Situation, würde ich mal sagen, dass man sagt, ja jetzt aufgrund der Reaktion der Hamas kommt diese zwei Staatenlösung überhaupt nicht mehr infrage, sondern es gibt jetzt das Recht auf Verteidigung, sowohl was Israel angeht, als auch was die Ukraine angeht. Und die dürfen eigentlich alles machen. Dass der Donbass irgendwie schon unter Poroschenko eigentlich von der Versorgung abgeschnitten worden ist und so weiter, das hat hier ja nie jemand interessiert. Ja, oder offiziell hat es nie wirklich interessiert. Also die Parallelen in der Politik im Umgang mit den Konflikten, die ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Man leugnet einfach Zusammenhänge. Und die Rede von Scholz zum Nahost-Konflikt hat für mich auch deutlich gemacht, dass auch jetzt angesichts des Nahost-Konflikts genau das Gleiche gemacht werden soll, dass man einfach sagt, alles was diesen Konflikt, die Ursprünge des Konflikts beleuchtet, was auf die Abläufe hinweist, wie es zu der Eskalation kam, die sollen strafbewehrt werden. Das ist Hass und Hetze. Also Kritik ist immer Hass und Hetze in Deutschland inzwischen. Und das soll strafbewehrt werden, genau so wie der Verweis auf die Entwicklung hin zum Konflikt in der Ukraine inzwischen strafbewehrt ist. Das sind natürlich super bedenkliche Entwicklungen. Das hat auch mit Demokratie und Freiheit oder Presse- und Meinungsfreiheit oder gar nichts mehr zu tun. Was mich wirkend macht oder was ich einfach ganz deutlich sehe, ist, dass durch beide Konflikte wird die Tendenz, totalitär und autoritär zu werden, in Deutschland gestärkt. Das nimmt zu und das ist, also wie gesagt, das ist nicht die AfD, das ist Regierung, Bundesregierung. Und die Berichterstattung ist super emotionalisiert. Kannst du dich noch an Butcher erinnern? Ja, natürlich. Ja, ja, Butcher. Da war irgendwie, ich schweine, ich russisch schweine. Bis heute mangelt es da wirklich irgendwie an einer Untersuchung, an einer objektiven. Wir wissen es nicht. Wir wissen heute nur im Nachgang, dass praktisch zeitgleich gab es die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Und so eigentlich ein praktisch ausgehandelter Friedensvertrag lag unterschriftsrei vor und dann kam Butcher. Ja, du meinst das in der Türkei, das war im Februar, glaube ich. Genau. Also genau, die Verhandlungen fingen zuerst in Weißrussland an und dann ging dann in der Türkei weiter. Und es gab dann ein ausgehandeltes Friedensangebot. Und dann kam Butcher und dann war klar, jetzt mit irgendeiner Form von Waffenstillstand, das geht jetzt nicht mehr, hat Silenzke damals klar gemacht. Und die Situation in Deutschland war total emotionalisiert und sie ist es jetzt wieder. Also es wird, das ist so, im Nationalsozialismus nannte man das, oder wenn es um den Nationalsozialismus geht, dann nannte man das immer, oder nennt man das Gräuelpropaganda. Und Deutschland ist gefangen in Gräuelpropaganda. Da ist nichts mehr von Rationalität. Das ist absolut besorgniserregend. Ja. Zu Butcher vielleicht nochmal den Hinweis als Gedankenanstoß für die Hörer vielleicht. Also meiner Meinung nach ging Butcher weder von den Russen noch von den Ukrainern aus. Ich glaube tatsächlich, das wäre für meinen Empfinden einfach nicht logisch. Die sitzen in der Türkei zusammen und sind sich im Prinzip mehr oder weniger handelseinig. Dann kommt ja aus Großbritannien schon der Hinweis, ihr spinnt ja wohl, ihr könntet jetzt hier nicht den Krieg beenden. Und kurz danach findet Butcher statt. Aber gut, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Ich glaube jedenfalls, dass, also aus meiner Sicht hatten damals weder Russland noch die Ukrainen Interesse daran, so etwas wie Butcher zu veranstalten. Während sie quasi zeitgleich zusammensitzen und eigentlich schon ein mehr oder weniger unterschriftsreiches Dokument vorliegen haben. Das macht einfach keinen Sinn. Aber gut, obwohl, ja doch, das passt sehr gut. Denn zu diesem Schluss kann man eigentlich nur kommen, wenn man es unemotional betrachtet. Ja. Ja, pragmatisch betrachtet. Und um jetzt wieder auf die deutsche Berichterstattung zurückzukommen. Also erstmal habe ich das Gefühl, wenn ich, egal ob ich jetzt auf Facebook oder Twitter die üblichen Verdächtigen lese, namenlos sind ja Tausende, oder auch die Politiker höre mit ihren Statements. Dann habe ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, dass irgendwie jeder, der sich dazu in dieser vernichtenden, entmenschlichenden Form äußert, kann eigentlich nur Angehörige verloren haben. Also das kann ich mir das nicht erklären. Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt einen geliebten Menschen verlieren innerhalb eines solchen Szenarios, dann sind wir hochemotional und es geht auch gar nicht anders. Ja klar, dass wir das sind. Wir sind ja, wir sind ja keine politischen Entscheidungsträger. Wir sind Menschen, die halt liebgewonnene Menschen aus Familie oder Freundeskreis oder was auch immer jedenfalls liebgewonnene Menschen verloren haben. Da ist man traurig, da ist man traumatisiert, da ist man auch wütend, entwickelt vielleicht Rachegefühle. Das sind alles ganz normale Reaktionen für Betroffene, wohlgemerkt. Ja, für Politiker nicht, das ist gespielt, das ist gespieltes Zeugs. Ja, das ist der Punkt. Deswegen, also das war natürlich jetzt, das war eine Überzeichnung, dass jetzt jeder da, also ein Röttgen oder ein Kiesewetter oder ein Strack-Zimmermann haben natürlich keine Angehörigen verloren, aber, oder auch eine Baerbock und ein Scholz, aber sie benehmen sich so. Und da ist für mich, da ist für mich im Prinzip das Grundproblem angesiedelt, mit dem wir es hier zu tun haben, weil das natürlich abfärbt. Also, ich will es mal so sagen, oder mal andersrum gefragt, vielleicht um meine These möglicherweise mit einem QED-Stempel belegen zu können. Wie emotional reagiert, ich sag jetzt mal so, der gemeine Moskauer auf diesen Konflikt? Jetzt in deinem Freundes-, Kollegenkreis, also wird darüber gesprochen, wenn ja, wie wird darüber gesprochen? Also jetzt nicht auf der politischen Ebene, sondern auf der persönlichen, auf der unpolitischen Ebene gewissermaßen. Ja, klar wird darüber gesprochen, es nimmt viel Raum in den Nachrichten ein, die Informationen fließen hier und die Reaktion hier in Moskau ist, Gott, wie schrecklich, das geht jetzt schon so lange und irgendwie das, aber das ist keine, das, was in Deutschland passiert, dieses Partei ergreifen aufgrund von dem Gefühl, das passiert hier nicht. Also es gibt das Gefühl, ich glaube, wenn ich das zusammenfasse, was ich so in den letzten Tagen erlebt habe, gibt es das Gefühl von Trauer und auch von Niedergeschlagenheit angesichts der Länge des Konflikts und dass es immer wieder aufflammt und dass irgendwie offensichtlich da auch eine Lösung weiterhin nicht in Sicht ist. Aber dieser Hass, der sich da in den sozialen Netzwerken in Deutschland bahnen bricht und der ja auch von der Politik aktiv gefördert wird mit dieser zur Schau gestellten Betroffenheit, das gibt es hier nicht. Der Umgang ist rational, der Umgang ist, also in Russland ist der Umgang deutlich rationaler. Also man ruft, also das offizielle politische Russland ruft dazu auf, Gewalt zu vermeiden und zu verhindern und setzt sich für eine friedliche Lösung ein und die besteht in der Zwei-Staaten-Lösung Palästina in den Grenzen von 1967. Und mehr ist nicht. Dieses Geheule und Geschrei und Solidaritätsbekundung in die eine Richtung und Verdächtigungen in Richtung Iran oder sowas, das gibt es nicht. Es ist wohltuend rational hier. Also man könnte sagen, also es gibt jetzt in Moskau, hat niemand Angehörige verloren. Nee, nee, hat niemand. Es gibt hier auch, was ich eben, was ich auch so bezeichnend finde, ist diese Solidaritätsbekundungen. Also die gibt es nur im Westen. Es gab hier, obwohl das Thema präsent ist und auch vielfach diskutiert wird, die Zeitungen sind voll davon. Das, was es in westlichen Städten Paris, in Berlin und in anderen europäischen Großstädten gab, so diese Solidaritätsbekundung mit Israel, die gibt es hier nicht. Dieses zur Schau gestellte, wir beleuchten jetzt irgendwelche Gebäude mit der israelischen Flagge oder sowas und dieses Emotionalisierende, das fehlt. Das gab es ja beim Ukraine-Krieg ja auch schon. Das war, da wird das Brandenburger Tor dann in der ukrainischen Flagge beleuchtet und die Leute fallen sich da irgendwie in die Arme und es gibt so eine, es wird absichtlich emotionalisiert, weil in der Emotion ist halt der Verstand auch ausgeschaltet. Das ist halt das Ziel. Ja, ich glaube, also das, was sich dann Solidarisierung nennt, das ist ja letztlich unterm Strich nichts anderes als Manipulation in die Richtung gehend, Solidarität bedeutet, den Feind auch zu benennen und sich gegen den Feind zu stellen. Das ist ja im Prinzip eine Vergewaltigung des Begriffs an sich, also Solidarität, also zum einen erzwingt man das nicht, also Solidarität ist erstmal ein Gefühl, das man hat. Das zu erzwingen ist natürlich schon hochgradig manipulativ, aber es dann eben auch noch zu erzwingen mit dem, ja wirklich, ja mit dem perfiden Hintergrund, mit der perfiden Hintergrund Motivation aus der Solidarität dann eben auch die Bereitschaft zu machen, Hass zu entwickeln für die andere Seite. Das ist ja letztlich das, worum es geht und das finde ich wirklich sehr auffällig. Genau, das finde ich, das ist super auffällig und dass das in Deutschland passiert, dass es gerade in Deutschland passiert und auch unter starke Mitwirkung der Bundesregierung, irgendwie die Rede von Olaf Scholz zielte auf Verurteilung von Hamas im Deutschen Bundestag, seine Rede zur Lage im Nahost, dass das von der Bundesregierung, von der deutschen Regierung ausgeht, dass eine deutsche Regierung wieder Emotionalisierung benutzt zu Propagandazwecken, das finde ich gerade angesichts der deutschen Geschichte absolut schändlich. Dafür habe ich auch nur Verachtung übrig, muss ich sagen, weil diese, so eine Massenpsychologie, so wir fallen uns alle aus Solidarität mit Israel jetzt irgendwie in die Arme und sind ganz betroffen über deren Opfer und leugnen die israelischen Verbrechen. Ich meine, den Gazastreifen von Wasser abzuschneiden, das ist ein Kriegsverbrechen. Man muss jetzt nicht irgendwie die Hamas oder sonst irgendwas irgendwie unterstützen, aber die Legitimierung, dass die Bundesregierung schweigt zu diesen Kriegsverbrechen, wo selbst die UNO dazu Stellung genommen hat, das geht gar nicht. In dem Zusammenhang mache ich hier jetzt mal einen ganz kurzen Einspieler, weil das nämlich ganz gut passt. Florian Warwick von den Nachdenkseiten, den kennst du ja, logisch, viel besser als ich, der hat auf der Bundespressekonferenz nachgefragt. Der israelische Verteidigungsminister hat eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet am Montag, die bereits auch umgesetzt wurde, kein Zugang, keine Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, Strom. Da würde mich interessieren, unterstützt denn der Bundeskanzler dieses Vorgehen und sieht er dies Agieren vom Völkerrecht gedeckt? Für den Bundeskanzler steht im Vordergrund die Solidarität mit Israel. Das hat er ja auch selbst so ausgedrückt und es ist ganz klar, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe der Hamas zu verteidigen. Einzelne Maßnahmen würde ich jetzt da nicht bewerten wollen in diesem Zusammenhang. Gut, es sind jetzt keine einzelnen Maßnahmen. Also sowohl Vorel als Außenbeauftragter der EU, als auch der UN-Menschenrechtsbeauftragte, der UN-Menschenrechtsbeauftragte, Türk, haben gesagt, das ist ein eindeutiger Verstoß gegen Völkerrecht. Teilt der Bundeskanzler, teilt die Außenministerin diese Einschätzung, dass diese Komplettblockade des Gazastreifens Völkerrecht bricht, ja oder nein? Wie gesagt, für uns steht in diesem Moment, in dem Israel von der Hamas auf diese brutale Weise angegriffen wurde, die Solidarität mit Israel im Vordergrund. Und wir betonen, dass Israel das Recht hat, gegen diesen Angriff vorzugehen und sich zu verteidigen. Und wie die Außenministerin dazu steht, hat Herr Wagner im Grunde eben schon auch gesagt. Ja, so viel von der Bundespressekonferenz von Florian Warwick, das ist natürlich, ja, es ist einmal mehr entlarvend. Ich meine, ich frage mich sowieso, wozu die Bundespressekonferenz eigentlich da ist. Also zumindest, wenn dann Leute wie Warwick echte Fragen stellen, es gibt ja keine echten Antworten. Aber vielleicht kann mir das Florian demnächst selbst erzählen, denn ich stehe mit ihm sozusagen in Terminabsprachenkontakt. Und dann sprechen wir mal darüber, was er so eigentlich von diesen Pressekonferenzen hält. Das aber nur am Rande. Wo waren wir stehen geblieben? Also die deutsche Außenministerin hält das Völkerrecht ja immer wahnsinnig hoch. Ja, die kommt ja daher. Ja, die kommt ja daher. Das Land, das sich aus dem Völkerrecht immer nur das rauspickt, was gerade der eigenen Außenpolitik dient und nie ein einziges Mal irgendwie in die Richtung gegangen wäre, zu sagen, okay, wir haben eine politisch andere Entscheidung gefüllt, die verstößt aber jetzt gegen internationales Recht oder gegen internationale Verträge oder internationale Vereinbarungen. Das heißt, wir müssen das irgendwie rückgängig machen, wir müssen es korrigieren, damit wir wieder völkerrechtskonform sind als Deutschland. Das passiert in Deutschland nicht, sondern es wird immer nur das rausgepickt, was einem gerade passt. Das betrifft sowohl die Ukraine als auch irgendwie jetzt den Nahostkonflikt. Aber es ist ein generelles Phänomen, dass Deutschland immer tut so, als wir sind die Guten, verstößt aber massiv gegen internationale Regeln. Ein Beispiel dafür, es gibt, also das wird mir ja immer um die Ohren gehauen, es gibt die Verurteilung der Generalversammlung, gibt es eine Revolution, die den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt. Gut, okay, das wird mir natürlich irgendwie immer um die Ohren gehauen. Da steht aber auch drin, dass alle Länder dieser Welt ihre diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Konflikts erhöhen. Das wird in Deutschland verschwiegen. Dieser Aspekt wird in Deutschland verschwiegen. Das, was Deutschland gemacht hat, war, die diplomatischen Beziehungen zu Russland komplett abzubrechen. Also es wird sich immer, man pickt sich immer nur das raus, was einem gerade passt, was irgendwie so die moralische Überlegenheit irgendwie vielleicht füttert, das Gefühl der moralischen Überlegenheit irgendwie füttert. Aber Deutschland ist da sozusagen von außen betrachtet, ist von deutscher Moral nichts zu spüren. Also es macht bei jedem Dreck mit. Ja, also es ist ja nun, tatsächlich ist es ja auch so, dass die Zwei-Staaten-Lösung, also ich habe es auch heute gerade auf den Nachdenkseiten wieder von Jürgen Hübschen gelesen, der ja ein Militär ist, AD, und der da sehr, sehr pragmatisch und sehr sachlich seine Artikel verfasst. Diesmal ging es dann naheliegenderweise um Israel und der hat halt geschrieben, der hat halt geschrieben, dass tatsächlich die Zwei-Staaten-Lösung im Prinzip wirklich die einzige Möglichkeit ist, das irgendwie zu bereinigen. Also es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel tatsächlich das Auslöschen der Hamas, was dann insbesondere beim Gaza-Streifen extrem problematisch werden würde, weil es gewissermaßen ein Kampf gegen eine ununiformierte Partei wäre. Also mit anderen Worten, Häuserkampf, Straßenkampf, Guerillakampf etc. Und das hätte dann natürlich eben auch unglaublich viele tote Zivilisten zur Folge, wenn sowieso keiner eine Uniform trägt, dann liegt das nahe, dass es so ist. Und um jetzt von dem Artikel von Hübschen wegzukommen, ist es darüber hinaus natürlich auch noch so, dass man keine, also man kann die Hamas nicht zerstören oder zerschlagen. Das funktioniert nicht. Also da ist noch die Hisbollah und da sind anderthalb Milliarden Muslime, die entweder still oder weniger still die Hamas entweder gedanklich oder sogar faktisch unterstützen. Das heißt also, allein der Plan, die Idee, also wirklich die Idee allein, die Hamas jetzt komplett vernichten zu wollen, ist in höchstem Maße gerade verantwortungslos. Und letztlich eben auch, ja man muss es so sagen, dumm. Also es ist schlicht dumm. Also es wird einfach so nicht funktionieren. Und anderthalb Milliarden Muslime, also ich meine, das sollte man nicht unbedingt unterschätzen. Und das Ganze kann eben auch ganz schnell das Ende Israels bedeuten. Und das wünsche ich dem Land wahrlich auch nicht. Aber wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, was für militante Reaktionen, also ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Ländern ist, zugegebenermaßen. Aber aus Deutschland wird ja mal wieder nur eskaliert und die einzige Reaktion ist im Prinzip Krieg. Ja, Deutschland setzt sowohl im Nord-Aus-Konflikt als auch im Ukraine-Konflikt auf eine Lösung durch Gewalt. Ja, und ich glaube inzwischen, die können das gar nicht mehr anders. Ja, und was in Deutschland nicht verstanden wird, ist, dass, also in Deutschland geht es immer nur, irgendjemand muss gewinnen. Irgendjemand muss gewinnen, irgendjemand muss einen Krieg gewinnen und die Leute müssen sterben, damit die irgendwie anderen in Frieden leben können oder so. Was in Deutschland nicht verstanden wird, ist, dass Sicherheit ein inklusives Konzept ist. Alle müssen sich sicher fühlen, alle. Sobald irgendjemand das Gefühl hat, ich bin nicht ganz sicher, ich bin nur, ich bin irgendwie, da nutzt gerade einer seine Macht, um mich irgendwie zu unterdrücken oder sowas, ist der Keim für den nächsten Gewaltausbruch gelegt. Ja, in der Tat, in der Tat. Und das ist eben tatsächlich das, was die deutsche Politik oder das, was man früher mal die deutsche Diplomatie nannte, inzwischen komplett disqualifiziert hat, auch nur an irgendwelchen Verhandlungen. Und sei es zwischen zwei Nachbarn wegen des über den Gartenzaun wachsenden Apfelbaums, sich daran irgendwie zu beteiligen, weil es wird keine Diplomatie stattfinden, sondern im Zweifel werden auch die beiden Nachbarn sich gegenseitig an die Kehle gehen wegen dieses Apfelbaums, weil die deutsche Seite sich auf die Seite eines dieser beiden Nachbarn gestellt hat und der andere kein Anrecht hat auf seinen Garten ohne oder mit, wie auch immer, Apfelbaum. Und das ist natürlich, geopolitisch ist das natürlich fatal, weil Deutschland, ich würde mal sagen, auf Jahre, also mindestens so lange, bis nicht das komplette Personal irgendwann mal irgendwie komplett ausgetauscht worden ist, so lange ist Deutschland von der international diplomatischen Bildfläche verschwunden. Also sollte es wirklich zu Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine oder nehmen wir es mal ein bisschen genauer, also zwischen den USA und Russland kommen, kannst du oder würde ich davon ausgehen, dass Deutschland dabei keine Rolle spielt? Ja, Deutschland spielt keine Rolle, kann gar keine Rolle spielen. Wie auch? Deutschland hat Minsk sabotiert, Deutschland hat sich ganz einseitig positioniert, Deutschland ist unglaubwürdig, gerade was Minsk angeht, wurde ganz deutlich, dass Deutschland kein verlässlicher Partner ist in keiner Weise. Man kann Deutschland nicht trauen, dass es alles zerstört, was es irgendwie, da gibt es nichts, also mit Deutschland redet Russland garantiert nicht, also mit dem diplomatischen, mit dem politischen Deutschland redet Russland garantiert nicht über den Frieden in der Ukraine, weil das ist nicht glaubhaft. Also Minsk ist an Deutschland mit gescheitert und das gilt natürlich in anderen Kontexten auch, also diese sofortige Parteinahme für eine Seite, sowohl was jetzt auch den Nahostkonflikt angeht, jetzt beim Konflikt im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan, da hat sich Deutschland so ein bisschen zurückgehalten, einfach aufgrund der Tatsache, weil sie einen Gasvertrag mit Aserbaidschan haben. Naja, in deutschen Medien war dann auch zu lesen, dass Russland das einfach zugelassen hat. Also hätte Russland das nicht zugelassen, dann wäre zu lesen gewesen, wie kann sich Russland einmischen. Also von daher, also Russland kann eh nichts richtig machen und die Entwicklung hier, die man in Russland sieht, also jetzt ein kleiner Schwenk zu diesem Konflikt um Bergkarabach, die Entwicklung, die man in Russland sieht, ist eine etwas andere, die in Deutschland so noch gar nicht betrachtet wird. Also Armenien braucht, um eventuell der NATO beizutreten, darf keinen Konflikt im Land haben und Russland sieht eigentlich Armenien sich in Richtung NATO bewegen, die wollen in NATO aufgenommen werden. Ja, da findet Russland nicht super, was? Ich weiß gar nicht, wie man da drauf kommt. Irgendwie Armenien hat, glaube ich, heute haben die das römische Statut unterzeichnet. Das heißt, Putin kann auch nicht mehr, also römische Statute, die erkennen jetzt den internationalen Strafgerichtshof an. Das heißt, das ist eine Provokation, wird von Russland als Provokation empfunden. Und davor gab es schon die Besuche von armenischen First Lady in der Ukraine, die Selenskyj irgendwie die Solidarität der armenischen Bevölkerung versichert hat und so weiter. Das Verhältnis zwischen Armenien und Russland ist eigentlich eher gespannt. Das kriegt man in Deutschland nicht mit, weil in dieser Schwarz-Weiß-Berichterstattung ist dann immer irgendwie, Russland ist halt irgendwie immer schuld. Naja, jetzt am Israel-Konflikt ja auch, weil ohne Russland hätte es ja keine Unterstützung des syrischen Verbrechersystems gegeben. Und ohne Russland, Russland unterstützt ja auch den Iran und der Iran ist ja sowieso irgendwie das ganz Böse im Mittleren Osten. Und dementsprechend hat Russland dann natürlich auch wieder Schuld, das ist ja ganz klar. Aber davon mal ganz abgesehen, wir waren jetzt gerade bei der Diplomatie, bei der deutschen Diplomatie, die halt einfach keine Diplomatie mehr ist. Und in dem Zusammenhang finde ich es auch nochmal wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass die Reaktion, also unabhängig jetzt von dieser teilweise ja auch gerne benutzten historischen Verantwortung, die ja gerne dann rausgeholt wird, von wegen also Israel zu schützen ist deutsche Staatsräson, was im Übrigen ja im Zweifel dann tatsächlich, wenn man es zu Ende denkt, auch bedeuten muss. Wenn Israel, das ja nun gerade ausgerufen hat, dass es sich im Kriegszustand befindet, also aktiv im Krieg befindet, wenn also Israel um militärische Hilfe aus Deutschland bittet, dann muss Deutschland dem nachkommen. Und das ist, finde ich, durchaus nicht unproblematisch. Aber davon mal ganz abgesehen, sollte man eigentlich meinen, dass ja, wenn zwei sich streiten und sich ein Dritter einmischt, dann sollte er das nicht, wenn wir mal das Bild einer Prügelei bemühen wollen, dann sollte er das nicht tun, indem er auch seine Fäuste einsetzt. Dann wird er die Prügelei ganz bestimmt nicht beenden können, sondern er sollte versuchen, erst mal losgelöst von den Verantwortlichkeiten der beiden Faustschwinger, darüber nachdenken, wie man jetzt erst mal die Leute dazu bringen kann, dass sie erst mal die Fäuste jetzt erst mal sinken lassen. Und dann kommt alles andere. Dann muss man sehen, okay, wer hat angefangen, beziehungsweise wer hat warum angefangen? Aus welchen Gründen ist diese Prügelei überhaupt zustande gekommen? Gibt es tatsächlich da eine Schwarz-Weiß-Schablone, die man drüberlegen kann? Ist also ganz klar der eine Faustschwinger der Schuldige und der andere eben der Unschuldige? Oder haben vielleicht doch beide Anteile daran und so weiter? Das könnte ich jetzt ewig lange weiter ausführen. Aber der Dritte, der sich einmischt, darf natürlich nicht eskalieren. Das sind diplomatische Gepflogenheiten, die normalerweise, ich weiß gar nicht, dass man das überhaupt noch mal diskutieren muss, überrascht mich ehrlich gesagt. Weil es ist doch ganz klar, dass die Reaktion, ob sie jetzt aus der Türkei kommen, aus Russland oder China und da ist es auch völlig egal, wie man diese Länder jetzt innenpolitisch einschätzt. Also ich halte von Erdogan jetzt nicht so wahnsinnig viel, ehrlich gesagt. Und nichtsdestotrotz ist seine Reaktion zunächst mal nur vernünftig und logisch. Als Dritte Partei gießt man kein Öl ins Feuer. Und das ist eben das, was in Deutschland offensichtlich auch einfach gar nicht mehr begriffen werden will. Den Eindruck hatte ich halt. Genau, es gibt eine Verweigerung. Es gibt eine absolute Verweigerung. Jetzt kommen wir eben auch zu diesem Titel, ich sehe tote Kinder. Es ist ja tatsächlich so, also ich meine, es ging ja auch, du hast es wahrscheinlich auch mitgekriegt, ich glaube auf RT ist dann auch geschrieben worden, dass es auch nicht stimmte, von wegen irgendwie 40 geköpfte Säuglinge oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, ob die Bild das war oder irgendjemand hat sowas aufgemacht. Also das Übliche, so ein bisschen im Prinzip Brutkastenbügel irgendwie. Weil soweit ich das verfolgt habe, war das eine Ente. Also das hat es nicht gegeben. Und ich habe dann auch noch an anderer Stelle gelesen, dass also die Hammers, gut, jetzt kann man ihnen glauben oder nicht, aber das ist als neutraler Beobachter auch gar nicht entscheidend, sondern man muss es zur Kenntnis nehmen, dass die Hammers dafür würden niemals auf Kinder zielen. Geschweige denn auf Säuglinge. Also das ist dann eben auch wieder diese Entmenschlichung. Die sind bereit, Säuglinge zu köpfen. Was sind denn das für Tiere? Da müssen wir doch gegen angehen, da müssen wir doch Partei ergreifen. Und das ist halt das, dass im Zweifel ist es eben so, und da wird es bei mir wirklich sowas von schizophren, dass ich wirklich kotzen könnte. Auf der einen Seite wird halt moralisierend über vermeintliche arme Kinder argumentiert, die getötet, verletzt oder was auch immer werden. Auf der anderen Seite wird dann aber im gleichen Atemzug die totale Blockade des Gaza-Streifens durch Israel gefeiert. Ja, ja. Also das soll mir mal bitte jemand erklären. Und ich habe gerade auf Facebook heute wieder eine Diskussion gehabt, da haben mehrere Leute, unabhängig voneinander, nachdem ich mich da irgendwie in was eingemischt hatte, was mir wahrscheinlich gar nichts angeht, hätte ich gar nicht machen sollen, hieß es auf jeden Fall, die totale Blockade gegenüber dem Gaza-Streifen sei absolut vernünftig, denn man soll doch nicht noch die Feinde, die Kinder seiner Feinde füttern. Genau. Und weißt du, was soll man denn dazu noch sagen? Ja. Was soll man dazu noch sagen, Werd? Aus Deutschland, ja. Aus Deutschland, das Leningrad blockiert hat im Zweifel, um mit dem Ziel, die Leute dort auszuhungern und durch Seuchen zu vernichten, kommen dann solche Ideen wieder, da kann man sich nur schämen. Ja, Deutschland, das, was Deutschland aktuell macht, Deutschland fällt hinter den Gründungsgedanken der UN zurück. Das muss man einfach ganz klar sehen. Deutschland gibt die Idee auf, dass es immer, immer diplomatische Mittel geben muss. Es muss immer diplomatisch, es muss immer Gespräche geführt werden. Konflikte müssen immer irgendwie friedlich beigelegt werden. Diesen Gedanken hat Deutschland aufgegeben und setzt ausschließlich auf Gewalt. Deutschland fällt hinter den Gründungsgedanken der Vereinten Nationen zurück und geht damit natürlich auch nicht anders in die Geschichtsbücher ein, was den Ukraine-Konflikt zumindest angeht, als nach 1918 und nach 1945. Muss man klar sehen. Deutschland setzt auf Gewalt, lehnt Gespräche ab und das tut es sowohl in der Ukraine als auch in der Ost und legitimiert Kriegsverbrechen. Und verweist dann aber, und das ist das große Paradox, dann Scholz verweist dann in seiner Rede und andere Politiker ja auch, auf die besondere Solidarität, auf die besondere deutsch-israelische Freundschaft aufgrund der geschichtlichen Ereignisse. Wenn es um irgendetwas geht, um die deutsche Geschichte und wenn irgendetwas aus der deutschen Geschichte gelernt werden sollte, ist, dass es nicht unbedingt Solidarität mit einem Land braucht, sondern es braucht schlicht und ergreifend den Willen zum Frieden und die Ablehnung von Rassismus auf jeder Ebene und sonst gar nichts. Das muss die Lehre aus der deutschen Geschichte sein und was anderes geht gar nicht. Und das, was Deutschland gerade macht, das fällt zurück in seine dunkelste Zeit. Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten. Ja, und um das vielleicht an der Stelle nochmal zu sagen, weil der Ausgangspunkt in den öffentlichen Diskussionen ja, der ist, die Hamas haben Israel angegriffen, haben Geiseln genommen, haben auch zum Beispiel dieses Musikfestival, das sie überfallen haben, wo es Tote gegeben hat, Verschleppte beziehungsweise Geiselnahmen gegeben hat. Das ist schrecklich. Und das ist natürlich als politische Maßnahme überhaupt, das geht nicht. Also Schluss, Aus, Ende. Es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür, wenn eine Gruppe von militanten Leuten aus politischen Gründen zum Beispiel ein Musikfestival überfällt und da Leute umbringt beziehungsweise als Geisel nimmt. Da gibt es nichts, aber auch gar nichts zu entschuldigen. Das ist für mich so klar, dass ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es noch unterstreichen soll, um meine Abscheu gegenüber solchen Taten zum Ausdruck zu bringen. Wenn dann aber als Reaktion Vernichtungsgedanken geäußert werden, die sogar noch darüber hinausgehen, was man ja zu Recht verurteilt, dann denke ich mir, Leute, befindet sich zwischen der Wand und Tapete noch irgendetwas, was ihr wahrnehmen könnt? Seid ihr denn wirklich der Überzeugung, dass eine so schreckliche, unmenschliche, verurteilswürdige und unbedingt auch zu bestrafende Tat, was die Täter betrifft, was die Täter betrifft? Seid ihr tatsächlich der Meinung, dass das damit gesühnt werden kann oder sogar gesühnt werden muss, dass jetzt als Reaktion darauf etwas noch Schlimmeres stattfindet? Ja, das ist besorgen. Und jetzt sind wir sozusagen wieder beim Ausgangspunkt des Titels dieser Sendung. Ich glaube, und deswegen habe ich vorhin bewusst nach den Reaktionen der Moskauer gefragt, Ich glaube halt tatsächlich, dass derlei kranke Gedanken und das sage ich jetzt mal so provozierend, dass derlei kranke Gedanken, wie ich sie gerade geschildert habe, etwas Schlimmes mit etwas noch, noch viel Schlimmerem zu vergelten und sich dabei auch noch gut zu fühlen, dass auf diese Idee von allein kein Mensch kommt, sondern dass das gesteuert und forciert und manipuliert wird von der politischen und von der medialen Ebene. Und damit sind wir wieder beim eigentlichen Punkt, um den es in Deutschland geht. Wir haben es mit einer faschistoiden Politik und mit einer faschistoiden Medienlandschaft zu tun, die hochgradig manipulativ, hochgradig aggressiv den Krieg zugewandt und differenziert und bis ins Kleinste dumm und bösartig agiert. Und das funktioniert in einer Perfektion, Gerd, du weißt es ja selbst, die ich nach wie vor nicht verstehen kann. Und um es mal morbide auszudrücken, muss man schon fast seinen Hut davor ziehen, wie perfekt diese Kriegsmaschine funktioniert. Ja, das ist von dieser Perfektion, von dieser deutschen Perfektion, da ziehe ich auch den Hut ehrlich gesagt, weil ich kriege es natürlich immer mit. Und Deutschland ist aktuell hermetisch von der Außenwelt, medial hermetisch von der Außenwelt abgeschnitten. Ja, ja. Deutschland kriegt nichts mit, nichts. Irgendwie die kriegen, die RT ist verboten, andere Sachen wurden auch verboten. Es wird irgendwie alles sofort irgendwie als angebliche Fake oder sowas. Und immer Hass und Hetze. Immer Hass und Hetze. Die Deutschen, die sich ausschließlich aus dem Mainstream informieren, sind von der Außenwelt absolut hermetisch abgeregelt. Die kriegen nichts mit von den geopolitischen Verschiebungen und auch von den Motivationen, die dahinter stehen, sondern die kriegen die Welt eingeteilt in Gut und Böse. Und die Deutschen sind dabei natürlich die Guten. Also so am deutschen Wesen, wenn es überall so wäre wie in Kassel, wäre es schön. Aber ja, das hat natürlich mit der Realität nichts zu tun. Aber das funktioniert in Deutschland wirklich super. Ich merke das ja selber. In Deutschland sind alle Informationen, die aus Russland kommen, alle werden sofort abgewertet als russische Desinformationen. Wenn man schreibt, irgendwie die Ukraine benutzt jeden Tag westliche Waffen und schießt damit auf Zivilisten und zivile Infrastruktur. Und es gibt auch eigentlich jeden Tag Opfer. Das will in Deutschland niemand hören. Da wird sofort irgendwie die russische Desinformationskarte gezückt und das wird abgewertet. Deutschland ist wieder völlig isoliert und wiederholt seine historischen Fehler. Das ist wirklich schlimm mit anzusehen. Und es ist schade, dass es eigentlich nichts gibt, was das aufbrechen könnte. Also die Bundesregierung macht da fleißig mit und lässt sich vor den Karren spannen und ist auch aktiv daran beteiligt. Also Baerbock treibt das ganz aktiv und auch willentlich. Scholz glaube ich auch. Dass das nicht funktioniert auf Dauer. Man kann jetzt nicht, ich meine, das ist ja das Ziel. Das Ziel, das politische Ziel ist, die westliche Hegemonie zu erhalten und dass alle nach der westlichen Pfeife tanzen. Das ist das Ziel des ganzen Unternehmens, der ganzen Propaganda. Und wir müssen jetzt irgendwie die Palästinenser alle vernichten und wir müssen die Orks alle vernichten und Russland muss irgendwie verlieren. Die Ukraine muss so mobilisiert werden, dass sie Russland in die Knie zwingen. Das Ziel ist Hegemonie. Alle sollen nach der deutschen oder zumindest nach der westlichen Pfeife tanzen. Und Deutschland sieht sich dann, wenn das erreicht ist, in einer Position vielleicht nicht irgendwo so knapp unterhalb von Washington. So ganz wichtig. Ja, dienen führen. Genau. Und das wird nicht passieren. Die ganze Welt will das nicht. Niemand will das. Niemand will sowas. Niemand will so ein Gewaltregime nach westlichen oder so eine westliche Knute. Niemand will unter diesem deutschen Regime leben. Das hat keinen Bestand. Ja, vielleicht können wir da tatsächlich noch einen Schlenker machen, denn ich glaube, das eine hängt tatsächlich mit dem anderen zusammen. Vorher aber noch sozusagen fürs Protokoll für diejenigen, die sich Notizen machen wollen. Die Hamas ist natürlich auch gegründet worden, gewissermaßen als Gegengewicht zur PLO. Und die Hamas ist damals in der Gründungsphase von Israel sehr wohlwollend betrachtet worden. Schlicht und ergreifend, weil, klar, also eine Schwächung der anderen Seite durch eine andere Partei, die irgendwie anders als die PLO agiert, ist, war damals erst mal willkommen. Und wurde durchaus auch finanziell unterstützt, ich glaube auch von den USA. Also vergleichbar mit Osama Bin Laden, IS, Al-Qaida etc. Das sind ja alles, das sind ja mehr oder weniger alles Konstruktionen, die von den USA beziehungsweise vom Westen im weitesten Sinne hochgezogen wurden und dann plötzlich außer Kontrolle geraten sind oder auch nicht plötzlich oder auch nicht außer Kontrolle geraten sind, wie man das auch sehen möchte. Das kann man so oder so einordnen. Es ist jetzt aber nichts, was sich also völlig losgelöst irgendwie entwickelt oder aufgebaut hätte oder so. Aber das andere, was ich sagen wollte, das ist, wo ich tatsächlich einen Zusammenhang sehe, das ist halt dieser Wechsel zur Multipolarität. Ich glaube halt inzwischen tatsächlich, dass sowohl das, was in der Ukraine passiert, als auch das, was jetzt im Israel-Palästina-Konflikt oder in der gesamten Entwicklung des Nahen Ostens, Arabische Liga, Syrien wieder aufgenommen, Saudi-Arabien sich von den USA unabhängiger gemacht etc. Also das sind im Prinzip alles Dinge, die, glaube ich, schon zu diesem Umgestaltungsprozess von der Unipolarität zur Multipolarität gehören. Und Afrika ganz wichtig, Afrika. Afrika, ja, auch Südamerika. Also ich meine, das ist ja wirklich überall so. Und ich komme darauf, weil du gerade gesagt hast, also Deutschland ist isoliert. Deutschland isoliert sich natürlich erstmal selbst jetzt auf der Informationsebene oder auf der Desinformationsebene. Also es ist ja tatsächlich so, dass, was, ich sag mal, der gemeine Deutsche an Informationen bekommt, wenn er wirklich die üblichen Verdächtigen benutzt, die öffentlich-rechtlichen Tagesschau, ZDF und dann die Medienwelt, Spiegel und so weiter, muss ich ja alle aufzählen. Wenn er sich also darauf verlässt und darauf reduziert, dann lebt er wirklich auf einer informativen Insel, die völlig losgelöst ist vom Rest der Welt. Und ich hatte das ja damals, ich habe ja diese Geschichte erzählt, dass mein Hausarzt mich rausgeschmissen hat, du erinnerst dich vielleicht irgendwie. Und der war halt so ein Kandidat oder ist halt so ein Kandidat. Ich habe ihm dann später übrigens noch einen Brief geschrieben und ein kleines Buch geschickt und habe versucht, da noch irgendwie das zumindest so weit wieder zu kitten, dass mein Vorschlag war, lass uns doch so verbleiben, dass wir uns darauf einigen, nicht einigen zu können. Aber er hat darauf nicht reagiert und den kann ich dann jetzt auch nicht tun. Ich glaube, es wäre tatsächlich naiv zu glauben, dass dieser Wechsel zur Multipolarität, dass der kooperativ möglich wäre. Natürlich ist es so, dass die USA, die ja sowieso für mich schon seit mehreren Jahren ein wankender Riese sind und die weiter wankt oder die weiter wanken, dass die natürlich ein großes Problem haben. Die haben ja dann auch noch innenpolitische Probleme. Dann das ganze korrupte Wahlsystem und überhaupt diese ganze Politikkonstruktion. Nur wer am meisten Geld hat, der hat überhaupt irgendwas zu melden. Das hat ja mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Das ist ja eine rein monetäre politische Landschaft, mit der wir es da zu tun haben. Und dann eben diese Geschichten Baerbock und Strack-Zimmermann und die ganzen anderen Hardliner irgendwie, die sich in der Ukraine kriegerisch positionieren, die also von vornherein überhaupt kein Interesse daran haben, als außenstehende Partei irgendwie diplomatisch tätig zu werden, die das gleiche in Israel machen. Das sind ja, man kann das eigentlich als offiziell kriegerische Handlungen bezeichnen. Ja. 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 Und natürlich muss Deutschland da, also was Russland angeht, ist, dass das Argument in Russland ist immer, dass Deutschland exekutiert halt die Politik aus Washington. Das kann gar nichts dafür. Sonst wäre der Umgang auch ganz anders. Ich persönlich sehe das ein Stück weit anders, weil der Wille zur Konfrontation, der ist natürlich schon auch da, also bei Baerbock, bei Scholz und auch bei diesen ganzen CDU-Hardlinern da. Ja gut, aber diese Hardliner sind natürlich auch die Folge der amerikanischen Politik. Ja, ja, aber die exekutieren das ja als Deutsche. Die nutzen ja auch Spielräume, die sie eventuell, Spielräume, die es immer irgendwo gibt. Die nutzen sie ja nicht. Das ist schon eine willentliche Entscheidung. Also der Schlagzimmermann entscheidet sich willentlich, Öl ins Feuer zu gießen. Die entscheidet sich willentlich dafür, die Ukrainer zu verheizen. Die entscheidet sich willentlich dafür, da die Waffenlobbyistin zu machen. Die nutzt ja die Spielräume nicht für auch nur den Hauch einer Relativierung ihrer Position. Ja, wobei die ist jetzt wirklich ein schlechtes Beispiel, denn bei der sind es natürlich auch wirtschaftliche Erregungen. Ja, okay. Aber auch die anderen. Nehmen wir mal ruhig Baerbock ruhig oder so. Baerbock ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil es der halt irgendwie an Hirnmasse fehlt. Ja gut, dann nehmen wir. Aber Kiesewette oder sowas. Reutgen, Kiesewette, ja. Also die sind ja halbwegs intelligent. Natürlich sind das Lobbyisten irgendwie. Das sind Lobbyisten für die Vereinigten Staaten. Aber dennoch, meine ich, gibt es immer irgendwo irgendwelche Spielräume. Und das erkenne ich bei diesen Figuren eben nicht, dass die irgendwie diese Spielräume, die es gibt, bei aller transatlantischer Hörigkeit, zu der sie sich wohl verpflichtet sehen und für die es vielleicht auch gute Gründe gibt, die sind erpressbar oder was weiß ich. Ja, natürlich. Aber da ist ja auch nichts von irgendwie auch nur dem Behalt, von irgendeiner kleinen Relativierung der Position. Und man könnte es ja vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen anders versuchen. Solche Äußerungen kommen denen ja nie über die Lippen. Irgendwie Russland muss verlieren lernen, Kiesewette. Mit dem Zusatz wie die Deutschen 45. Ja, das hat ihm jetzt nicht Washington ins Büchland diktiert. Das hat er sich selber ausgedacht. Ja, da finde ich, also in Russland gibt es die Bereitschaft, die große Bereitschaft, Deutschland oder das politische Deutschland, nicht alle Deutschen, um Gottes Willen, das wird hier sehr deutlich differenziert, aber das politische Deutschland aus der Verantwortung zu entlassen. Und das würde ich so nicht machen. Da würde ich in Russland, gut, ich habe jetzt hier auch nichts zu sagen, zum Glück für die Deutschen, aber ich würde diese deutsche Politik nicht einfach unter dem Hinweis, die stecken halt im Hintern der USA und die können nichts dafür, ich würde die nicht so schnell entlassen. Also es gibt da schon auch Täter. Für mich gibt es aber so Kiesewetter, Röttgen, auch Scholz, das sind Täter. Ja, wobei, also ich kann da sozusagen beide Seiten verstehen, weil ich sage mal jetzt aus der großen oder aus der höheren Fallhöhe der politischen Perspektive von Seiten der russischen Regierung aus, ist das im Grunde genommen ja eigentlich die Höchststrafe. Denn das bedeutet, also wenn das so in Russland kommuniziert und gedacht wird, dann bedeutet das ja faktisch tatsächlich, also mit denen müssen wir ja noch weniger reden, als mit den ukrainischen Hayopais da. Ja, ja, nee, das ist die Haltung. Das ist die Haltung, das ist ganz klar die Haltung. Deutschland hat nichts zu melden, das ist hier die Haltung. Das finde ich sehr realistisch, aber nichtsdestotrotz, natürlich, natürlich hast du auch recht, wir sprechen hier über Täter. Und wir haben die Namen schon alle genannt, wir müssen sie jetzt nicht nochmal nennen. Es sind Täter und es sind eben Eskalationsfiguren, die das Ganze völlig losgelöst von den möglichen Folgen machen. Und ich meine, eine Strack Zimmermann war es ja, die glaube ich irgendwie schon ein paar Wochen her dann irgendwie gesagt hat, also Putin traut sich eh nicht, die Atombombe einzusetzen, wo ich mir so denke, also so etwas zu sagen, wohl wissend, dass das natürlich auch in Moskau gehört wird oder gelesen wird, wie verantwortungslos kann ein Mensch sein, um das zu tun? Das ist ja auch, das ist ja eine offene Provokation. Ich meine gut, also Putin ist jetzt nicht so infantil, als dass er jetzt sagt irgendwie, boah, das ist aber fies, jetzt setze ich doch die Atombombe ein, das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, diese offene Provokation und das ist ja kein Einzelfall, das passiert ja jeden Tag und jetzt können wir auch wieder zurück zum Israel-Palästinenser-Konflikt kommen. Es geht ausschließlich um Eskalation. Und es ist eben, und da sind wir dann auch wieder bei der perfekten Manipulationsmaschinerie der deutschen Politik und Medien, es färbt eben auf eine unglaublich wirksame und eben auch natürlich die sozialen Medien benutzend, denn die kommen ja noch hinzu als Verbreitungsmöglichkeit. Es färbt auf so viele Deutsche ab, die sich ja sowieso schon auf einer Informationsinsel befinden, dass eben dabei Hass entsteht in einer Form, wie ich sie eigentlich noch gar nicht erlebt habe. Also ich dachte wirklich, Ukraine, Russland, das sei schon die Krönung dessen, was man an Feindseligkeit und an Risikobereitschaft eines heißen Krieges erleben kann. Aber was wir jetzt gegenüber der Hamas, beziehungsweise man muss ja wirklich sagen, gegenüber den Palästinensern, man könnte auch sagen, gegenüber den Muslimen, gegenüber dem gesamten Nahen Osten erleben, erleben, dass vorhin in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gedacht, dass ich jetzt vielleicht an der Stelle zu dir sagen könnte, noch schlimmer kann es eigentlich nicht werden, weil ich meine sozusagen jetzt Israel anzugreifen, was kann denn noch schlimmer sein? Also woraus kann noch mehr Hass und Hetze und Kriegsbereitschaft resultieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber steigerungsthäglich ist es anscheinend immer noch. Wenn man denkt ja immer, jetzt ist der Gipfel erreicht und dann wird immer noch einer draufgesetzt. Keine Ahnung, was es noch geben könnte. Aber was natürlich die Konsequenz ist, also das muss, glaube ich, auch nochmal ganz deutlich gesagt werden, weil das scheint vielen gar nicht so klar, dass Deutschlands Wirtschaft jetzt irgendwie einbricht, das ist jetzt meines Erachtens auch kein Zufall. Es gibt ganz viele Sachen, die in Deutschland falsch laufen und wie diese ganze komische Energiewende und so weiter und so fort. Aber ich kann es jetzt nicht wirklich belegen, aber ich bin davon überzeugt, dass aufgrund der permanenten einseitigen Positionierung Deutschlands bei völligen Mangel an Kompromissbereitschaft der Wille zur Kooperation, zur wirtschaftlichen Kooperation mit Deutschland inzwischen bei China und auch bei vielen anderen Ländern überhaupt nicht mehr da ist. Ja, selbstverständlich. Also mit so einem Land macht man keine Geschäfte. Also es kommt natürlich noch das Misstrauen inzwischen hinzu, dass man sich dann auch auf Absprachen, Verträge etc. mit Deutschland sowieso nicht mehr verlassen kann. Kannst du dich nicht verlassen. Es kommt aber, wenn wir jetzt schon bei den fatalistischen Aussichten sind, kommt natürlich noch ein anderer Faktor hinzu. Und ich glaube, der ist auch nicht zu unterschätzen. Und das ist der, je mehr Zivilisten jetzt in Gaza oder wenn das Ganze eskaliert auch anderswo getötet werden, desto mehr potenzielle Terroristen werden daraus erwachsen. Denn du kannst davon ausgehen von, sagen wir mal, zehn getöteten Familien und ein paar überleben. Die werden völlig traumatisiert sein. Die werden Hass durchtränkt sein. Und der Großteil wird sich wahrscheinlich mehr oder weniger weinend in die Ecke zurückziehen, Depression kriegen oder Suizid begeben oder irgendwie noch sich mit dem Leben arrangieren. Ein kleinerer Teil, der aber in der Summe nicht zu unterschätzen ist, wird Rache schwören. Da bin ich mir sicher. Das ist ein menschlicher Reflex. Da kannst du gar nichts gegen tun. Das hängt immer auch davon ab, wie groß womöglich vorher schon der Leidensdruck gewesen ist. Und bei den Menschen im Gazastreifen müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Da ist der Leidensdruck schon seit Jahren, seit Jahrzehnten riesig. Und dementsprechend wird das durchaus natürlich auch darauf hinauslaufen, dass dann bestimmte Länder, die sich eben so positioniert haben, wie wir es heute tun, wie Deutschland es heute tut, das politische Deutschland, mit Teilen der Bevölkerung, das muss man dazu sagen, sicherlich auch Anschlagsziele sein werden. Bevor du dazu was sagst, jetzt höre ich natürlich schon die Hörer, da sitzen ja, also danach können wir doch jetzt hier unsere Politik nicht ausrichten, dann sind wir ja erpressbar und wir dürfen doch jetzt keine Angst zeigen und so weiter und so fort. Aber man muss es meiner Meinung nach wirklich ein bisschen differenzierter sehen, denn wer baut hier Druck auf und wer, also ich meine, wer produziert letztlich die Terroristen? Das ist ja immer die Frage. Und wenn die Eskalationspolitik so weitergeht, dann wird das einhergehen mit einer Terrorismusproduktion made in Westen, die, glaube ich, in den nächsten Jahren oder auch, sagen wir mal, ein, zwei Jahrzehnten nochmal ganz massive Probleme mit sich bringen wird. Und Israel wird dann irgendwann, da bin ich mir relativ sicher, vermutlich keine Rolle mehr spielen. Das kann, das kann sein. Also ich weiß jetzt aus meinem alten Job, also es gibt eine riesige Community, es gibt eine riesige palästinensische Community in Deutschland. Die, die Haltung der Bundes, der, der Bundesregierung der Vergangenen zu Palästina, zum Palästina-Konflikt war, war eine andere. Die Schuldzuschreibung war nicht so eindeutig, auch wenn Deutschland offiziell immer an der Seite Israel stand und so weiter und so fort. Aber auch aus seiner historischen Verpflichtung heraus, aus dieser gefühlten, hat Deutschland unglaublich viele Flüchtlinge aus Palästina aufgenommen. Jetzt gibt es einen Schwenk in der Politik. Einen Schwenk hin zu, wir unterstützen Israel bedingungslos und legitimieren auch Gewalt gegen die Palästinenser. Das wird man in der Community, die es gibt in Deutschland, in der relativ großen Community, die es gibt in Deutschland, das wird man da zur Kenntnis nehmen und das wird sich nicht jeder da radikalisieren. Aber klar, ich meine, wenn die Regierung, die für dich zuständig ist, die sagt irgendwie, dass das total okay ist, dass deine Familie umgebracht und von Wasser abgeschnitten wird und irgendwie von Lebensmitteln und dass die eigentlich sowieso ein bisschen minderwertig sind, weil man irgendwie, ja klar, das radikalisiert. Das ist doch völlig logisch. Wenn man darauf früher vor einiger Zeitung hingewiesen hat, dass es in Deutschland gibt, es eine sehr, sehr große Community aus muslimischen Ländern, auch aus Syrien. Die Leute wissen, also auch die syrischen Flüchtlinge wissen, dass Deutschland eine große Verantwortung dafür hat, dass in Syrien die wirtschaftliche Situation so ist, wie es ist. Also Deutschland beteiligt sich an völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen Syrien mit dem Ziel, da Hungerrevolten auszulösen. Das wissen die Flüchtlinge. Das ist nicht so, das wissen die Leute, die da zu uns gekommen sind. Und wenn das irgendwie einer allein da seine Wut in sich züchtet, macht das nichts, aber wenn die Leute zusammenkommen und ihre Wut teilen und ihr Empfinden von ungerecht behandelt werden, miteinander austauschen und zu der Einsicht kommen, dass da Deutschland eine große Mitschuld trifft, dann, klar, dann gibt es Gewalt. Auch in Deutschland. Ja, die Quintessenz des Ganzen kann eigentlich nur sein, ja, da muss man Deutschland erst schon fast ausklammern, sondern eher allgemein geopolitisch sprechen, dass gerade größere, mächtigere Länder die unbedingte Verpflichtung haben, wenn es Konflikte in anderen Bereichen gibt, nach Möglichkeit zu deeskalieren. Das muss die politische Maxime eines jeden Landes mit einem gewissen Einfluss auf der Welt sein. Und es gibt Länder mit mehr Einfluss, es gibt Länder mit weniger Einfluss, machen wir uns nichts vor. Natürlich sind kleinere da in der geopolitischen Betrachtung unbedeutender als größere Länder. Fakt ist aber, dass es für mich keine Überraschung war, dass Russland, China und die Türkei als erste Reaktion gesagt haben, Waffenstillstand, Waffen runter, Lösung suchen und alle drei haben, glaube ich, auch unabhängig voneinander gesagt, es kann eigentlich nur die Zwei-Staaten-Lösung sein. Das ist die einzige Möglichkeit. Und wenn man einen Konflikt wie diesen irgendwann mal beenden will, denn die deutsche Bundesregierung oder die deutschen Bundesregierungen, auch unter Merkel schon, haben sich ja nun alles andere als um eine Zwei-Staaten-Lösung bemüht, da Gespräche zu führen oder so. Also das wäre ja auch geheuchelt, wenn sie jetzt überhaupt wieder die Zwei-Staaten-Lösung auf den Tisch legen würden. Vorhin habe ich das ja kritisiert, aber es wäre gar nicht aufrichtig. Diese Zwei-Staaten-Lösung bietet einen Ausweg aus diesem Konflikt. Und dass das natürlich nicht einfach ist und nicht bei einer Tasseté besprochen wird, aufgrund der geopolitischen, der geografischen Situation, Situationen aufgrund von historischen Gegebenheiten, auch religiösen Gegebenheiten. Also da spielen natürlich unglaublich viele Aspekte mit rein, wer denn jetzt was kriegt und wie man denn jetzt irgendwie die Grenzen zieht, ob jetzt von 1967 oder doch vielleicht eine neue Konstruktion, auf die sich dann irgendwie alle einlassen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Das muss das Ziel sein. Und die deutsche Politik und die deutschen Medien pochen auf das Ziel, gewinnen, verlieren. Schwarz, weiß, richtig, falsch, gut, böse. Und so war die Welt noch nie. Und so wird sie auch niemals werden. Und die Tatsache, dass man sich auf einer gut, schlecht, schwarz, weiß, richtig, falsch, Informations- oder Desinformationsinsel befindet, bedeutet nicht, dass das irgendwas mit der globalen Realität zu tun hat. Und wenn das nicht in Deutschland irgendwann mal wirklich zur Kenntnis genommen wird, vielleicht erst mal bei der Bevölkerung, weil von der Politik erwarte ich das inzwischen wirklich nicht mehr. Nee. Vielleicht erst bei der Bevölkerung, dann weiß ich wirklich nicht, wohin es führen soll. Und im Augenblick habe ich nicht den Eindruck, dass das irgendwie funktioniert, weil diese Fraktionen, die sich da jetzt wieder herausgebildet haben, noch radikaler als schon in Sachen Ukraine, Russland. Was kann man da noch erwarten? Was, ich weiß es nicht. Also ich habe, ich kann sagen, was ich glaube, was funktionieren würde. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich glaube, dass es funktioniert. Ja, das Problem ist, ich meine, Deutschland hat daran Anteil, dass diese Lösungen auch immer massiv verschleppt werden. Über die Zwei-Staaten-Lösung diskutiert man jetzt seit 50 Jahren. Die Lösung muss irgendwann auch kommen. Sonst über Minsk II, über die Lösung der Föderalisierung der Ukraine, damit der Donbass und Bestandteil der Ukraine bleiben kann, hat man acht Jahre diskutiert. Ergebnislos. Deutschland spielt da auch einfach falsch. So. Natürlich. Ja. Und natürlich, und man muss verstehen, das ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen, dass das verstanden wird. Sicherheit ist ein inklusives Konzept. Es müssen sich alle sicher fühlen. Alle müssen, nicht nur die Israelis müssen sich sicher fühlen, sondern auch die Palästinenser müssen sich sicher fühlen und die haben Masken, muss sich sicher fühlen und die Spolla muss sich sicher fühlen und der Iran und Syrien. Alle müssen sich sicher fühlen. Dann gibt es Frieden. Dann gibt es Frieden. Genau. Wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es immer Konflikt. Immer. Muss, geht nicht anders. Kann man nicht anders denken. Und wenn ein Land den Anspruch hat, dass ein anderes Land sich nicht sicher fühlt, dann stimmt ja schon in der Grundkonstruktion was nicht. Ja. Und das, ich meine, nochmal kurz den Bogen, weil das ist wirklich auch analog, dieser Nahauskonflikt ist analog zu dem, was in der Ukraine passiert. Wenn die Ukraine meint, sie muss der NATO beitreten, weil sie dann für Russland etwas sicherer ist, dann ist es ein Problem. Dann ist es ein Problem. Das ist der Konflikt, der Ukraine-Konflikt kann genauso schnell gelöst werden. Wenn die Ukraine das Ziel des Beitritts der NATO aufgibt, ist dieser Konflikt vorbei. Ja. Und wir leben nicht und schon lange nicht mehr und das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Ich weiß nicht, wo es hinführt, worin es denn gipfeln wird. Aber wir befinden uns faktisch nicht mehr unter Federführung einer westlich-kooperativen Gesellschaft, sondern einer westlich-konfrontativen Gesellschaft. Ja, es ist total konfrontativ. Der Westen will seine Hegemonie behalten und will das mit Gewalt durchsetzen. Das ist problematisch und das hat keine Aussicht auf Erfolg. Nein, es wird nicht funktionieren. Und wie gesagt, also der Wechsel zur Multipolarität wird vollführt. Wir sind mitten drin und wir erleben jetzt die konfrontativen Auswirkungen dieses Wechsels. Da lege ich mich fest. Da bin ich inzwischen ziemlich sicher. Ich habe da recht lange drüber nachgedacht. Und dementsprechend gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder wird wirklich global alles zerschossen, also im Zweifel dann auch automat zerschossen. Dann haben wir alle verloren. Oder es wird nicht so weit kommen und dann wird es noch eine Menge Kriege und noch eine Menge Tote zu beklagen geben, bis irgendwann die wahren Aggressoren, die sitzen nämlich in Washington und noch ein paar anderen Hauptstädten, die wahren Aggressoren endlich zur Vernunft gebracht wurden, in dem Sinne, als dass sie halt nichts mehr zu melden und nichts mehr zu entscheiden haben. Das sind, glaube ich, die Aussichten, auf die wir uns vielleicht jetzt zum Schluss verständigen können. Ja, die müssen abgelöst werden durch irgendwie Leute. Die müssen abgelöst werden. Durch Leute mit Willen zum Frieden. Genau. Also mit der westlichen politischen Konstruktion und dann eben auch noch besetzt mit diesem Personal, insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, wird es nicht funktionieren und wird es, ja, Weltfrieden ist ja sowieso, also daran glaube ich ja schon lange nicht mehr, aber eine kooperative Koexistenz, die wäre ja schon schön und die ist mit dem Personal und mit dem Modell der westlichen Politik bis auf weiteres nicht zu erreichen und dementsprechend, ja, man wird sehen, wie hart und möglicherweise blutig der Weg wird, aber der ist jetzt weltweit eingeschlagen und wir haben ja drüber gesprochen, ob es jetzt China, Russland, Indien, die afrikanischen, die südamerikanischen Länder oder einige viele davon sind, es gibt da kein Zurück mehr. Also da, das läuft jetzt und man kann es, man kann nur versuchen, es zu gestalten beziehungsweise man kann versuchen, überhaupt als Gestalter anerkannt und angenommen zu werden und wenn man das nicht tut, dann wird man irgendwann auch kein Gestalter mehr sein, sondern, ja. Ja, wird man von der Geschichte überrollt. Von der Geschichte überrollt, genau. Ja, soviel zu den schönen Aussichten. Gerd, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir machen das ja alles hier so in unserer Freizeit. Och, ich danke dir immer, ich spreche mit dir immer sehr gerne, Roberto. Ja, mir geht es auch so, also ich finde es immer großartig mit dir. Ist auch immer, ist immer ganz anders als mit Roberto, ich liebe es mit Roberto zu sprechen, aber mit dir, das ist so schön, deswegen spreche ich auch mit euch beiden so gerne, weil es immer so ganz, ganz unterschiedlich ist wie euch. Das ist total geil. Deswegen an der Stelle jetzt nochmal der Hinweis, man kann uns auch Geld spenden, wir haben ein Konto noch, das man überweisen kann, man kann uns über Paypal was zukommen lassen und man kann auch uns über Steady was zukommen lassen beziehungsweise das ist eine regelmäßige Unterstützung über die Freundenbots natürlich auch. Die Links zu den Möglichkeiten uns zu spenden beziehungsweise die entsprechenden Daten, die finden sich in der Video beziehungsweise Podcast, also Audio-Beschreibung und ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich mache mich jetzt mal an die Nachbearbeitung, bedanke mich nochmal bei dir und bedanke mich natürlich bei den Hörern und bin sehr gespannt auf die Kommentare, auf die Feedbacks, wenn ihr mögt, gerne auch Mails, auch wenn ihr nicht auf jede antworten können, das möchte ich jetzt gleich mal loswerden, aber wir versuchen es auf jeden Fall und ja, sind jetzt voll positiv und sagen noch ein schönes Wochenende und einen schönen Abend und eine gute Nacht und alles gut. Genau, schönes Wochenende, Gruß an die Zuhörer und Gruß an Roberto. Ja, bis dahin. Tschüss. Bis dann, tschüss. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018